Was sind die 5 Dollar gar nicht wert? Die Schule schließt um 19 Uhr. Na, na, na. Dana hier zu sein gilt als unerlaubtes Betreten. Ja, ist mir egal. Oh, das ist so etten. Jetzt muss ich. Die hat mich betrogen! Oh, alter Schwede, ist das dein fucking Ernst? Ich hab ihn doch anvisiert. Krass, gib mir das andere Mist. Ach, er war richtig. Wie lange will der denn noch pinkeln? Ist er heute mal fertig? Hallo? So, jetzt müssen wir nämlich ganz schlau zu seinem scheiß Spind kommen, ohne dass uns die Leute sehen. Und da die kleinen, dicken Leute hier, oder der kleine, dicke Junge, nicht gerade unauffällig ist, wäre das extremst anstrengend. Ups. Ähm, und wir gehen mal zur Seite. Weil soll er uns nicht gleich sehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier reinkommt. Das wäre unpraktisch. Er kommt hier rein. Kommt er nicht. Gut. So. Nee, bestimmt nicht. Bin ich dein Freund. Ich will nur dein Geld. Jetzt muss ich schneller sein, als der bin ich auch. Verstecken. Gut. Auf einmal ist es Tag. So läuft das hier also. Oh, die Respekt-Szenen, wusste ich's doch. Scheiße. Ich wollte's nicht machen. Vielleicht, warte, ich lass mich erwischen, dann hab ich, hab ich dann versagt. Ich überleg, ob ich den letzten, ich lade den letzten Speicher. Ich kann mir minus 10 Bulli-Respekt nicht leisten. Hallo? Hallo? Ja, minus 10 Bulli-Respekt ist mir zu hart. Das heißt, ich kann Ihnen nicht helfen. So, und was mache ich jetzt die ganze Zeit? Also, Ihnen darf ich nicht helfen. Das heißt, ich geh hier mal ein bisschen in der Gegend rum. Bis eine neue Mission kommt. Da darf ich mich auch verstecken. Tada. Dein Ernst? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Haben wir auch... Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ist auch gut. Dann lern ich mal ein bisschen hier alles kennen. Schlossknacken. Ist auch gut. Ach ja. Hallo? Kann er mich in Ruhe lassen? Ich bin schlossknacken. Ich bin schlossknacken. Haha. Ich habe ein Schulbuch. Verwärts. Verwärts. Wo ist mein Schulbuch? Ich will das Schulbuch fallen lassen. Uhuhu. Uhuhu. Er ist immer noch dabei. Hey, Schnücki. So, ähm. Was ist das? Ach, das war das Speicherding? Wo bin ich denn hier? Ach, die Cafeteria. Ich weiß. Hier wurde mir vorgestellt. Benutzen? Ah, ich kann mich hinsetzen. Wow. Ist das schon 19 Uhr abends? Vielleicht sollte ich hier bald raus. Aber ich will noch einmal mit dem Koch reden. Darf ich nicht. Und ich sollte hier sofort raus, weil sonst kriege ich gleich Ärger. Ach, der Koch ist auch gleich in der Autoritätssaison. Wow. Bum, 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 bum. Es ist schnell dunkel geworden hier. Alter, wie viele da auch sind. Oh nein, da muss das betreten. Kann ich da rein? Ah, das ist Schule. Freue ich nicht. Gut, hier komme ich raus. Vielleicht. Weiß ich ja nicht. Boah. Ups. Alter, lass mich in Ruhe, alter Mann. Ich verprügel dich. Warte, 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 warte. Zitulamisiert. Ha, 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 ha. Gewonnen. Die wollen es gar nicht, Anna. Ich gebe ihnen immer eine Chance, mich in Ruhe zu lassen. Aber nein. Sei kein Bulli. Lass dir sowas nicht durchgehen. Also bitte heult doch rum. Warte. Alter, wie viele kommen denn noch von den Missgeburten? Ich glaube, ich muss gleich abhauen. Sonst überlebe ich das nicht. Und mein PC auch nicht. Ach, will das Mädchen mich auch hauen? Na? Will das Mädchen mich auch hauen? Ups, das Mädchen wollte ich nicht hauen. Ich bin gleich tot. Ich habe versagt. Niemals versage ich. Mach ihn schnell fertig. Das war knapp. Das war echt knapp. So, jetzt muss ich erstmal irgendwo was zu trinken finden. Ja, komm, Alter. Erst recht, die lassen dir das niemals durchgehen. Schubsen mich zuerst und heulen dann rum. Das sind immer die richtigen... Geht ja gar nicht hier. Ich wollte noch nur in Ruhe, äh, in Ruhe, ne? In Ruhe leben. Und Lümpchen sehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch draußen rumlaufen darf. Anscheinend nicht, weil sehe ich hier keinen, aber konnte ich voll an ihm vorbei rennen. Hey. Oh. Hast du was zu trinken für mich? Gibt es da einen Apfel? Oder liegt irgendwas? Feuerwerkskörper, juhu. Mh. Jam, 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 jam. Da, 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 da. Hauen die jetzt ab? Oh ja, dann brauche ich auch nicht mehr. Uh, 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 uh. Uuh. Wo komm ich da denn rüber? Äh, ich sollte eigentlich bald schlafen gehen. Aber ich habe hier jetzt was im Deck. Und das muss ich natürlich durchsuchen. Alles. Und wenn ich hier jetzt nicht rauskomme, wie ich es nicht tue, bin ich hier eingesperrt. Schade. Wäre echt lustig gewesen. Ach ne, da kann ich wieder raus. Krass. Ah, warte, zur anderen Seite. Egal, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Genau. Und hoffentlich ist die Mission dann morgen weg, weil Minus 10, Bulli Respekte kann ich nicht. Äh, Minus 10, Bulli Respekt kann ich so nicht akzeptieren, leider. Das ist mir zu hart. Ich hab noch voll Zeit. Ich kann doch vorum spielen. Was mach ich denn die ganze Zeit? Ach, die Mission ist auch weg, gut. Hm. Bis zwei Uhr morgens kann ich noch was machen. Ich suche noch nach den Dingern für meinen... Typ. Wie heißt der? Hm. 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 Oh, krass. Da darf ich auch nicht durch... Uh. Spärstunde. Okay, ich hole nicht. Ich muss ihn... Okay, jetzt ist sogar Spärstunde. Jetzt muss ich noch mehr aufpassen. Aber von jetzt an gehe ich zu Sport, weil dann nenne ich coole neue Moves. Vielleicht sollte ich sogar so mal zum Unterricht kriegen. Vielleicht nenne ich da noch andere Sachen, aber... Was ist denn dann, wenn ich Missionen habe? Ähm. Ähm. Uh. Uh. Kann ich nicht aufklettern. Sah so aus. Ist das noch irgendwas? Noch ein Gummiband? Fünf. Alter Schwede. Ich werde jetzt zum Gummiband. Man, ja, Mann. Mir kann bald keiner mehr was. Ich habe schon fünf Gummibänder. So, ich sollte jetzt ins Bett gehen. Wenn mal mein Spiel aufhören will, rumzukacken. Jetzt habe ich Angst, dass es abkackt. Und ich kann es nicht. Ich gehe mal langsam. Ich speichere. Und dann kann ich wieder einen auf... Ich mache, was ich will spielen. Hey. Ich bin zu Hause. Wer begrüßt mich? Niemand natürlich. Alarm benutzen. Das kann ich ja auch gleich mal machen. Und ich gehe dann einfach schlafen. Klingt doch nicht schlecht. So. Dann speichern wir. Da und dann gespeichert. 2,5. Irgendwer habe ich... Ich will mal Alarm benutzen. Ich habe ja jetzt gespeichert. Zum Notfall kann ich sie ja wieder... rückgängig machen. Aber... Ich geschlafen. Was? Der Alarm war fake. Oh, immer noch. Ich will die nicht retten. Kriege ich vorher keine neue Mission oder was? Ich mache die Mission nicht. Ich will nicht. Oh, da kann ich rein. Kann ich nicht. Aber ich kann eigentlich mal mit jedem reden. Ich will mal ein bisschen mit Leuten... Ey, du. Wie geht's? Okay. Okay. Das ist mir zu hart hier. Ich wollte nur... mit dir reden. Du Bitch. Gleich beginnt Unterricht. Ich gehe mal zum Unterricht. Wo habe ich denn Unterricht? Wo habe ich denn Unterricht? So, ähm... Zoom mit mir ran. Weil kann ich nichts sehen. Irgendwo in der Schule. Das ist immer schön. Das ist eigentlich total... Asi, dass ich da nur paar Sekunden für Zeit habe, da hinzukommen. Ähm... Ist nicht genügend für mich. Das sind ja nur... Oh, das ist gleich schon wieder viel zu spät. Ups. Scheiße. Schon wieder über eine Bananenschale gefallen. Ich will jetzt Harvest Moon spielen. Da hält die Zeit an, wenn du drinnen bist. Das waren noch Zeiten. Ich komme zu spät. Ich komme nicht zu spät. Ich komme zu spät. Ups. Ich wollte ja gerade rein. Ich war nur wenigen Sekunden zu spät. Können Sie sich doch nicht beschweren. Hallo, Kinder. Willkommen in der Welt der Biologie. Ich hoffe, Sie haben alle starken Stammchen. So genau wie möglich, bevor ich... Beende die Sektion. Genau wie möglich, bevor ich... Bewegen. Steuerung oder Corsa bewegen. Alt oder wählen. Individieren oder benutzen. Corsa. Verlangsamen. Verlassen. Information. Was zur Hölle wollen die von mir? Also. Wählen. Halten. Corsa verlangsamen. Verlassen. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Darf ich nicht benutzen? Ich drücke die Knöpfe, die sie von mir haben wollten. Gut. Ah, okay. Sag das doch gleich, dass ich ihn erst festpixen muss, bevor ich ihn in den Bauch aufschneide. Oh. Ist gar nicht so einfach. Bin mir da morgens gar nicht so geübt. Ich hab ein Grafikpad. Ähm. Nicht? Was denn? Hm. Hm. Das ist ja mal genau meins. Was soll ich denn damit machen? Ach, warte. Bäh. Ich will jetzt schon aufhören. Das Herz. Ich soll das Herz rausschneiden. Ja, so slow and steady kann ich aber nicht mehr, weil habe ich Zeitdruck. Entferne das Herz mit der Pinzette, halte alt oder... Ja, gut, ist das eklig. Intervisieren wir mit der Lunge. Hier mit der Lunge, dem Magen. Äh, mit der Lupe, dem Magen. Doch, aber nicht unbedingt Frösche. Können wir hier nicht so kleine, böse Jungs nehmen? Nein, Quatsch. Ja. Ach, und dass du mir dann Zeitdruck gibst, ist auch Art. Jo, also so langsam. Bäm, 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 bäm. Hört sich das fucking eklig an. Das ist ja genau das richtige Spiel für mich. Ich bin froh, dass ich das in meinem ganzen Leben nie machen musste. Ja, Mann. Ich bin echt froh, dass ich das niemals machen musste. Muskelshirt freigeschaltet. So, irgendwo hier unten ist mein Ziel. Warte, wir speichern kurz. Ich gehe immer noch nicht Algi retten. Das ist mir egal. Das mache ich nicht. Ich will keine Minus 10 Punkte. Jugenschlaf. Oh, ich will das aber nicht machen. Ich will keine Minus 10 Respekt. Wofür habe ich sie mir denn erarbeitet? Doch nicht, um so einem Noob zu helfen. Ich warte, bis die Mission vorbei ist. Das ist mir egal. Das setze ich aus. Kann ich ihn nicht einfach abservieren? Oder ich lasse ihn einfach komplett... Vielleicht lasse ich ihn einfach verprügeln oder verprügeln mit. Aber dann steht ja wieder, ich habe versagt. Und das war's. Ich will nicht. Hey, Bo, alles klar bei dir? Okay. Nein, tu es doch nicht. Komm her, Memmel. Komm her. Ich dachte hier, du besitzt mich. Komm her hier. Was? Pss. Pussy. Ich will die Mission nicht machen. Ich will meine ganzen Respektpunkte... Ich weiß nicht mal, wo ich sehe, welche Respektpunkte ich habe. Aber ich bin mir sicher, dass ich nicht mal 10 habe. War das nicht irgendwo hier? Verfügbare Aufgaben. Karte verfügt bei Aufgaben. Status. Ja, okay, läuft. Ähm. Ähm. Zurückscrollen. Zoom. Seiltrieren. Ich schwöre. Was zur Hölle ist dieses... Fucking Zeichen? Inventar, Upgrade, Steuern, Option. Inventar. Uh, 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 uh. Habe ich davon noch eine oder was? Warte mal. Steht das nicht hier irgendwo? Also beim Inventar steht nur mein Geld. Ach so, Geschenke, Missionsobjekte, Pick. Keine Geschenke? Kampf, Soziale, Frauenküsse, ein, Männerküsse. Männerküsse, jetzt geht's los. Mein Dank. Gekniffen, überreichte Geschenke. Einstgröße, Feindseligkeit gegen... Wieser, weiß nicht mehr, was es ist. Am meisten gehasst von Städtern. Grüße 8, Provokation 11. Erfolgreiche Entschuldigung. Profizierte Streber. Größte Bullis. Krass eigentlich. Gesammelte Ärgerpunkte. Oh, 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 oh. Nach Spärstunde unterwegs. Oh, oh, oh. Respekt, Person erwischt 6. Ähm. Ich wollte eigentlich sehen. Echt mal. Wo sehe ich jetzt mein Dings? Sozial war das doch denn. Wo sind meine Bulli-Punkte-Autorität? Ich weiß nicht, wo meine Bulli-Punkte sein sollen. Ich will es wissen. Ich werde es nachher rausfinden. Aber meine Bulli-Punkte... Ich google das nachher. Bulli-Punkte. Wo sind die?